Wer bist du, wer du denkst? Yes, yes, the new delivery, the new delivery, we need the new delivery, okay? Still not arrived? Okay. Wer bist du, wer du denkst? Oh mein Gott, er sei denn, wer er gedacht ist, weil er... Findest du, dass es schnorren? Also ich finde gar nicht, dass das schnorren ist, das ist einfach geben und nehmen. Ich fühle mich ja ganz gut auf meiner Seite. Und du nimmst? Ja, das nehme ich, also nehmen ist seliger als... Die Liebe der Türken und Deutschen zu zueinander ist so alt, dass sie niemals zu selbreden will. Also das ist teilweise dann schon recht anstrengend, wenn wir uns sagen, also dass wir wirklich zusammenreißen. Oh, Alkoholfrei. Raus, raus, beide raus! Jeden Stream verkackt hier einfach, jeden Stream. Arde, raus du Loch! Raus! Raus! Tschüss! Also ich muss aber gestehen, ich stehe total auf Westen. Da bleibt der Arm frei, aber man ist trotzdem an der Brust stabil, warm, schützt. Roddy steht auch auf Westen. Nils auch. Aber eine Frage bleibt. Roddy, hattet ihr im Osten auch Westen? Ich bin bereit. Lasst es blitzen. Aber so ein bisschen mulmig weim doch. Mir ist überhaupt nichts passiert. Also ich brauche das nicht so, um abzuturnen. Ich bin high von live, einfach so vom Erfolg. Und ich genieße so, keine Ahnung, einen Sonnenstrahl und eine nice Windbrise und so. Das ist für mich schon wie Drogen. Ich bin da weg von dem und das ist auch ein mega gutes Gefühl. Ich wollte ein ver... ...mal nur fahren. Einmal wollte ich mit der... ...tonne hier nur fahren. Was ist passiert? Nichts ist passiert. Jetzt geht die doch nicht mal kaputt. Die Sch*** sind da unten. Ja, hab ich dich erwischt. Du kleines Bückstück. Ich pack mir dein alte Drecksch***. Hey! Hallo! Der fährt einfach los. Das gibt's doch nicht. Fat, Fat, ja. Fatma. Vielen Dank, Mzena. Erstmal Sub-Unternation für dich. Ich küsse deine Cox. Erstmal Sub-Unternation für dich. Danke dir. Dankeschön, Dankeschön. Ich küsse deine Dings auch, Cox. Ich weiß nicht, was es heißt, aber... ...und zwanzig. Alter, ich bin dabei. Ich mach alles mit. Ich mach alles mit. Ich leck deine Cox. Wann braucht man für Freispiele? Einfach nur das... Du musst auch ein paar nette Sätze zu mir sagen. Du kannst dich herzlich willkommen im Studio. Jens, haben wir... Du verschüttest ein Trinken und weißt nicht, wie aufwischen. Nimm einfach den Frau und das Fleck verschwindet wie Zauberei. Zero Zucker. Zero Zucker. Und das ist auch Zero Zucker. Und der hat... Normal. Der hat, warte, wie viel Zucker drin ist? Oh, wo ist es? 55 Gramm. Oh, easy. Apple. Yes. No apples? I know. Hey, was finde ich denn? Finiste? Oh, very nice. Warum bist du so bodenständig? Denn ich schlafe auf dem Boden ständig. Tschüss. Ich schlafe auf dem Boden.